Und wir schauen noch mal in unser Nachbarland, denn der Süden Österreichs erlebt derzeit heftige Unwetter. Erdrutsche, Überschwemmungen und Hagel haben mehrere Regionen im Bundesland Kärnten verwüstet. Meterhohe Wasser- und Geröllmassen sollen mehrere Menschen verschüttet oder auch mitgerissen haben. Das Gebiet aktuell ist nur noch aus der Luft erreichbar, deswegen werden Rettungsarbeiten erschwert. In Ober- und Niederösterreich soll es heute noch zu weiteren schweren Gewittern und Regenfällen kommen.